Die Leute haben nämlich auch mal teilweise keine Böcke. Immer hier die Fahne und Bimmelim und Deutschland und dies alles. Da ist auch mal Ruhe. Du bist wahrscheinlich auch enttäuscht. Hast du alles schon wieder abgenommen und gelernt und so. Das war ja so ein bisschen nach dem Motto, warte mal, ich könnte ihn nehmen, aber ich nehme ihn nicht. Nimm du ihn mal. Wir sind Weltmeister, warte mal eben, wann geht's, wann ist das Spiel vorbei in der Kabine? Wir gewinnen dann schon. Alles klar, hier Boateng, hier einmal. Oh Herr, plötzlich Tor. Wie geht das denn? Majestätsbeleidigung. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Gut, dass ich das jetzt noch erfahren habe.